hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einer neuen runde wascha fishing 4 freunde des angelsports wir sind noch mal eine achthuber aber nicht auf büffelfisch sondern auf aralbabe beziehungsweise gehen hier aber auch wie ich im chat lesen kann sehr gut die russischen störe die russischen störe gehen aber auf maulus grille und halt den typischen pva interessiert mich jetzt gerade nicht so beziehungsweise wenn einer rein bei ist auf meine vantage gerne aber ich bin eben jetzt hier auf aralbabe 30 minuten hier ich bin angekommen da wo es gerade hell da kam halt neuneinhalb kilo ein guter ein kleiner baby russen störe ja dann schuppenköpfen pissgiebel keine ahnung achteinhalb kilo wildkarpfen noch mal aralbabe aaland marmorkarpfen und gerade auch eine aralbabe rast jetzt nicht so der spot bzw ich muss man die nacht abwarten so über tag war er schleppend ich weiß nicht mehr ob die nachts besser gebissen haben oder tagsüber muss muss man beobachten auf jeden fall stehen wir hierbei c6 c6 bei 51 85 direkt neben den sträuchern hier und wir visieren da hinten rüber an richtung holz und der clip sind 15 meter und einer fluss bach gefangen 15 meter clip quasi genau hier in das tiefe rein ja heute mal ohne kamera ich bin nämlich ein bisschen sehr gut krank sehr geil nicht mal die arbeit geschafft nach vier stunden hausegang alter schwede erst mal die ebus voll geballert und ins bett gelegt vor eine verbraten bekommen keine ahnung was abgeht na ja auf jeden fall konnte ich es nicht mehr liegen aber ich gedacht jetzt mal eine runde angeln ja und hier sollen die aralbaben laufen ja wie fehlt mir als trophäe hätte ich gerne deswegen stehe ich hier gucken mal setup rein pellet pellet kombination ich habe es einfach mal in groß genommen groß eins und die werden trophäe so ab 13 kilo da muss man nicht so übertreiben pellet pellet kombinationen haben auf jeden fall bis flusskrebs pellet 14 fisch pellet 14 flusskrebs als flusskrebs als dip und basis habe ich rapsamen zweimal flusskrebs fisch pellets zweimal krabben feed pellets und flusskrebs als aroma als pv a gemacht dazu ist hier kleiner war vielleicht werden ja auch aktiver in der nacht wie das spielen wir ganz schön sicher schon länger her wo ich die langheit hatte ja werden das mal beobachten ich werde mich gleich auf jeden fall melden mal gucken was die ein lach zu bringen wird ja So, willkommen zurück, die Nacht ist rum, wir haben jetzt mittags, tagsüber geht eh nicht so viel und ja, Weißzeit ist echt so, ich sag mal früher morgen noch, aber eher nachts ja, jetzt gucken wir mal rein Stunde 14 Minuten, beziehungsweise ich hatte schon abgebrochen nach einer Stunde 8 Minuten hab mich jetzt eingeloggt und wollte mal gucken, was das denn so bringt also gute Stunde waren wir hier, 11 Aralbaben und die bringen auf jeden Fall gutes Geld man soll sich schon so wenig Fische jetzt nicht täuschen lassen wobei ich hatte einen anderen Kescher gesehen, in knapp 3 Stunden 31 Fische nur ich hab jetzt in der Stunde 22, aber er hat halt eine Trophy drin, die bringt ja schon 700 Silber also die hätte ich dann auch lieber gehabt wir gucken mal, 700 Silber, sehr sehr stark ja, wir sortieren mal nach Preis, mal guckt euch das an 126, 75, 67, 50, 50, knapp 50 ja selbst so ein Babyglattstör, schon 18 Silber ein Babyrusse, 13 Silber sehr lustig also man sieht, die Aralbaben gehen ab 700 Silber und mehr, denke ich mal, ist in einer Stunde möglich auf jeden Fall, ihr könnt ja auch der klassische PVA benutzen ich hab ja jetzt mal eine andere Mische genommen wenn wir jetzt mal gucken normalerweise ist das ja hier ne, das hier Raps zweimal Flusskrebs Feed Pellets, Krabbenfeed sieben gehackte Würmer und Flusskrebs so ist es normalerweise so ein Standardding ich hab jetzt mal was anderes probiert hat auch gut geklappt in diesem Sinne, Petri, danke ich geh mich ins Bett legen ich bin wieder am Ende macht's gut und tschüss